In diesem Video zeigen wir dir die Anwendung unserer Doonels Gel Strips. Kurz vorab, die Anwendung sollte fern von Sonnenlicht durchgeführt werden, da dieses dazu führen kann, dass die Streifen vorzeitig aushärten. Für die Anwendung benötigst du neben den Gel Strips auch unsere Doonels UV LED Lampe, unsere Schere, die 2 in 1 Pfeile und Buffer und so einfach geht's. Zunächst den Naturnagel in die gewünschte Form pfeilen und die Nagelhaut mit dem beiliegenden Rosenholzstäbchen sanft zurückschieben. Die Nageloberfläche mit der Bufferseite der 2 in 1 Pfeile und Buffer vorsichtig anrauen und dabei die dünne Nagelhautschicht am Ansatz der Nagelplatte entfernen. Im Anschluss den Nagel mit dem Reinigungstuch von Staubresten befreien und entfetten. Wähle anschließend die passende Größe der Gel Stripen aus, indem du sie über deinen Nagel hältst. Zu Beginn den Schutzfilm vom Gel Stripen abziehen und diesen im Anschluss vorsichtig von der Folie abnehmen. Hier ein Tipp für dich. Bei kurzen Naturnägeln kann der Gel Stripen vorsichtig in der Mitte geteilt werden. So reicht er für eine zweite Anwendung. Zwischen den einzelnen Anwendungsschritten sollten die Streifen mit der Schutzhülle abgedeckt werden, um sie vor dem natürlichen UV-Licht zu schützen. Nun kannst du den Gel Stripen auf deinen vorbereiteten Nagel kleben. Wichtig ist dabei, ihn nicht auf die Nagelhaut zu kleben, da das später die Haltbarkeit beeinträchtigen kann. Den Gel Stripen sorgfältig von der Mitte nach außen hin feststreichen. Nach diesem Schritt sollte der Gel Stripen optimal mit deinem Nagelrand abschließen. Den überstehenden Teil des Gel Strifens nah an der Nagelspitze abschneiden und noch einmal fest andrücken. Die Ränder kannst du mit der flachen Seite des Rosenholzstäbchen ganz sanft andrücken. Nun kannst du die Gel Stripen aushärten. Hierfür deinen Daumen und anschließend deinen Zeigemittelring und kleinen Finger mittig unter der UV-LED-Lampe platzieren und 2x60 Sekunden aushärten. Dabei solltest du auch die Nagelränder sorgfältig aushärten und deine Finger unter der Lampe gelegentlich nach links und rechts drehen. Falls es für dich handlicher ist, kannst du die Füße der UV-LED-Lampe alternativ auch einklappen und sie direkt über deine Finger halten. Anschließend den Gel Stripen mit der Feilenseite der 2-in-1-Feile und Buffer vorsichtig in Form feilen. Dabei am besten immer nur in eine Richtung feilen, und zwar von den Seiten zur Mitte des Nagels. Hier ein weiterer Tipp für dich. Wenn du den Gel Striifen vor dem Aushärten nicht allzu nah an deiner Nagelspitze abschneidest, so kannst du den überstehenden Teil nach dem Aushärten problemlos mit einem Nagelklipser kürzen und dann in Form feilen. Die Nagelspitze kann zum Schluss vorsichtig mit dem Buffer korrigiert werden. Jetzt kannst du deine schöne Do-Nails-Maniküre in Salonqualität in vollen Zügen genießen. Viel Spaß dabei!